Warum ist eine sogenannte Arbeitsmarktrente immer befristet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Erwerbsminderungsrente lässt uns als Rentenberater und Rechtsanwälte für Rentenrecht überhaupt nicht mehr los. Es ist ein Arbeitsthema, ein Arbeitsschwerpunkt bei uns in unserer Rentenberatungskanzlei. Viele Menschen aus Deutschland, sogar aus Übersee, kommen zu uns und stellen uns Fragen, wollen vertreten werden in Rentenverfahren, in Widerspruchs- und Klageverfahren. Und dabei erleben wir es sehr, sehr häufig, dass die Deutsche Rentenversicherung oder auch das Sozialgericht dann Angebote macht und sagt, komm, wir geben dir eine volle Erwerbsminderungsrente, aber nicht aus medizinischen Gründen, sondern als Arbeitsmarktrente und dann aber auch nur befristet. Und für den Kunden ist es dann letzten Endes manchmal völlig egal, Hauptsache er hat die volle EM-Rente, aber er stellt dann immer die Frage, ja warum ist die befristet und warum ist die nicht unbefristet und wie auch immer. Und da muss man eines wissen, die sogenannte volle Erwerbsminderungsrente aufgrund des verschlossenen Teilzeitarbeitsmarktes, die dann als volle EM-Rente geleistet wird, gibt es grundsätzlich nur befristet. Und ich sage es auch gleich von vornherein, es gilt dort auch nicht dieser Entfristungsgrundsatz, dass man nach neun Jahren befristete Arbeitsmarktrente dann eine unbefristete Rente bekommt. Das gibt es nicht, denn der Hintergrund ist völlig einfach. Sie sind bei dieser vollen Erwerbsminderungsrente, aber nicht gleichzeitig voll erwerbsgemindert. Denn hinter der vollen Erwerbsminderungsrente aufgrund der Arbeitsmarktlage steckt eine teilweise Erwerbsminderungsrente und die ist meistens auf Dauer oder die ist in der Regel auf Dauer. Nur deshalb, weil es für Sie keinen Teilzeitarbeitsmarkt aktuell in Deutschland gibt oder Ihr Arbeitgeber Ihnen keinen Teilzeitjob anbieten kann oder die Bundesagentur für Arbeit Ihnen keinen Teilzeitjob vermitteln kann, haben Sie dann Anspruch auf die volle EM-Rente, weil hier das Gesetz und auch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts sagt, dann trägt die Deutsche Rentenversicherung hier das Risiko, dass der Versicherte auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufgrund seiner teilweise Erwerbsminderung nicht mehr vermittelt werden kann. Und das ist genau der Grund dafür, warum es auch immer nur befristete Erwerbsminderungsrenten als Arbeitsmarktrenten gibt, weil der Gesetzgeber möglicherweise irgendwann mal sagt und auch die Deutsche Rentenversicherung mit in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, jetzt haben wir einen nicht mehr verschlossenen Teilzeitarbeitsmarkt. Also jetzt können die Leute auch in Teilzeitjobs aufgrund ihres bestehenden Restleistungsvermögens vermittelt werden. Aber solange wie es das nicht gibt, gibt es grundsätzlich immer in der Kombination teilweise Erwerbsminderung und der Versicherte hat keinen Job mehr, ist arbeitslos, eine Arbeitsmarktrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Hierfür wäre es ein zweifeliges Erwerbsminderung. Derderer der 0,566-Johan und Rentenberater Peter Knöppel ist von 1,966-Johan und Rentenberater Peter Knöppel. Dann der 1,966-Johan und Rentenberater Peter Knöppel ist von 1,970-Johan.